hier zum beispiel bin ich in einem ganz anderen gebiet ja da ist ein neuer schalter ok bist du ein legionär der allerdings immun gegen blitz ist aber dessen schaden sich zum glück in grenzen hält ok die legion der dunkelheit ich wollte eigentlich gerade sagen ist auch kein nutz zu meinem bau aber das war der falsche zauber das ist der richtige level ab ja erstmal alles hier drauf dass sie max quitsch aus sagt mir bitte ich kann die tür gleich wieder zu machen level ab für ihn schwerter auf maximum bringen dankeschön dass ich da wieder zumachen kann ich würde mich eigentlich ganz gern den weg auf die andere seite der tiefen schlucht finden und dort die nester kaputt zu machen weil die viecher im rücken zu haben ist nicht gut man kann sie leicht töten aber nur wenn man magie benutzen kann so da ich weiß dass ich hier unten einigermaßen safe bin quick safe machen hi achso stimmt ja bei dir wirkt das nicht und wenn wir uns hier nochmal ganz kurz um ob hier nicht noch irgendwo ein knopf ist und wer war es ein fehler das dazu löschen ne ich habe hier einfach nur den weg zurückgefunden ne muss ich mal ganz kurz was abchecken da ist die leiter also ich glaube ich bin hier runter gefallen 1 also 1 2 3 das ist blöd zum abzählen wenn man nicht zählen kann 1 2 3 1 2 3 4 5 6 also 4 hier rüber 1 2 3 4 rüber sind wir so von der treppe 2 und dann 3 runter von der treppe 1 2 und 3 runter ist hier also wenn man hier runter springt landet man hier das heißt man landet hier irgendwo muss man versuchen hier irgendwo runter zu springen ob ich dann hier in dem bereich lande 1 2 3 4 5 sehe hier 1 2 probieren wir es einfach mal gehe jetzt erstmal wieder zurück zur treppe quick save machen federfall neu aktivieren 1 2 3 4 4 5 5 5 6 9 11 11 12 12 13 15 15 16 16 16 16 17 18 16 20 18 20 So, dann springen wir hier mal runter. Okay, und landen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich runtergesprungen bin. Hier neben der Säule? Nee, hier. Ich muss also genau neben der Säule runter springen. Hier also. Nein. Hm. Hier ist die Säule. Ich sollte mal einzeichnen, wo diese Säule ist. So, da ist Säule. Und runter. So. Also, hier ist die Säule. Seit wann kann ich S und Ös machen? Wird mir gerade so auf. Säule. So. Und wenn ich neben der Säule runter springe, bin ich hier. Wenn ich also hier runter springe. Das heißt, wenn ich da runter springen lande, ich... Wenn ich hier runter springe, wenn ich da runter springen lande, ich dort... Da daneben. Also, hier, hier und hier. Also, ich glaube, der Quadrant ist... Nee. Das da ist... wäre hier. Also, 1, 2, 3. Wäre 1... Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das wäre... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann die hier. Mhm. Das heißt, runter springen. Egal, wo ich runter springe, bringt mir nichts. So. Hmm. Hm. Okay. 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 Und hier drin kann ich auch nur das öffnen. Und habe ansonsten keinen Knopf oder ähnliches hier. Na gut, hier komme ich eh nicht. Warum frage ich mich jetzt gerade, was passiert? Obwohl, ich kann da gar nicht drauf springen. Ich kann ja nicht über Ecken, ich kann nur hier landen. Das wären 1, 2, 3, die 3. Tja, hier komme ich. Nicht ran, da liegt ein Pfeil von mir. Da habe ich die Säule. Wenn ich da runter springe, lande ich hier. Ich muss mal gucken, was passiert, wenn ich da runter springe. Ich muss mal gucken, was passiert. So, hier. Ich bin jetzt hier runter gesprungen. Bin da gelandet. Egal, wie ich von dieser Seite aus springe oder falle. Komm, nicht ran. Ich müsste es auf die andere Seite schaffen, aber wie. Ich dachte, das geht vielleicht so. Aber scheinbar geht es nicht. Nee, ich muss von der anderen Seite runter fallen, um an die Sachen hier zu kommen. Nur, es gibt keinen Weg auf die andere Seite. Ich bin fast nicht von hier aus. Und eigentlich möchte ich nicht. Also, wenn ich da... Das heißt, hier ist die Säule. Hier ist die Säule. Ja, hier. Neben der Säule sind die beiden. Die bringen mir auch nichts. Ich muss also in den Anti-Magie-Bereich kommen. Und im Anti-Magie-Bereich überleben. Und dann lassen wir uns auf die Schiffe und die Fäcke auf dem Punktelujah pfalken gehen. Und dann lassen wir mal die Farbe Fäcke auf der Seite aus der Seite aus der Spitze che formerly stammen. Vielen Dank.